Also Leute, Twitter explodiert, wie du hier bereits siehst, zig Beiträge über AutoGPT. AutoGPT ist quasi eine autonome Version von JetGPT, von GPT3 und GPT4. Unter anderem kann AutoGPT dir einen Kaffee bei Starbucks bestellen. Du kannst AutoGPT im Grunde, wie viele verschiedene Mitarbeiter einsetzen, das denkt selber, kann selber Google suchen durchführen. Du kannst AutoGPT im Vergleich zu JetGPT beispielsweise auch dem Befehl geben, dir ganz einfach ein Business erstellen zu lassen. Erstell mir ein Business, das mir monatlich 10.000 Euro Einnahmen bringt. All diese Befehle kannst du AutoGPT geben. AutoGPT hat im Vergleich zu JetGPT kompletten Zugriff aufs Internet, funktioniert komplett autonom, kann Zahlungen durchführen, kann Freelancer anheuern, kann all diese Sachen komplett unlimitiert, vor kurzem ist hier ein Code auf GitHub rausgekommen und mittlerweile haben hier einige schon extrem krasse Anwendungsbereiche gefunden für AutoGPT. Also es kann Marktanalysen durchführen, es kann zum Beispiel irgendwelche Verträge verhandeln, kann eine kompletten Trading Strategie durchführen und auch die Trades durchführen. All diese Sachen sind ja möglich, wie du hier bereits siehst, Autocoding, du kannst eine Webseite bauen lassen oder auch nachbauen lassen. Wie gesagt, AutoGPT hat kompletten Zugriff aufs Internet, das heißt im Grunde kann AutoGPT ganz einfach die Google-Suche verwenden und kann auf jede Webseite zugreifen und diese für dich eins zu eins kopieren. Es kann Podcasts vorbereiten, es kann alle möglichen Finanzinformationen der letzten Jahre, weil alles, was im Internet quasi existiert, kann es für dich zusammenfassen und dadurch gibt es extrem viele Möglichkeiten, AutoGPT zu nutzen. Ich habe mich in den letzten Tagen extrem viel damit beschäftigt und zeige dir in dem Video Schritt für Schritt, wie du AutoGPT auf eine der einfachsten Arten und Weisen benutzen kannst und ich zeige dir das dann auch, was wir mit AutoGPT alles machen können. Wir werden AutoGPT ein paar Befehle geben, also lass uns direkt reinschauen. Also ich bin hier unter anderem über dieses Twitter-Video gestoßen, wo man im Grunde sieht, was AutoGPT kann. Man kann hier im Grunde eigene Agents aufsetzen, man kann AutoGPT einen Befehl geben, wie zum Beispiel, generiere mir so viel Geld wie möglich und dann, ja, deployed AgentGPT in dem Fall mehrere quasi Mitarbeiter, mehrere eigene künstliche Intelligenzen, die dieses Ziel verfolgen. Die nutzen die Google-Suche, die schreiben hier immer genau, was sie genau machen, was das Ziel ist und ja, was man da machen kann. Hier haben wir auf Twitter noch ein Beispiel, I pretended to be a fake shoe company, also da hat sich jemand als Schuhfirma ausgegeben und hat ganz einfach gefragt, mach mir einen Market Research, also einen Konkurrenz-Report sozusagen, über alle wasserdichten Schuhe und schreib mir die fünf Mitbewerber in einem Report zusammen und das hat AutoGPT extrem gut gelöst. Ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie du AutoGPT für dich nutzen kannst. Wir werden das Ganze gemeinsam ganz einfach durchgehen. Also es gibt hier zig verschiedene Möglichkeiten, AutoGPT zu nutzen. Wir nutzen hier aber ganz einfach AgentGPT, da ist alles vorprogrammiert, da hast du die wenigste Arbeit im Grunde und kannst hier ganz einfach sagen, okay, wie soll mein GPT-Bot heißen? Sag ich hier, ich nenne den jetzt MillionärGPT und gebe dem den Befehl, bau mir ein Online-Business, das vollkommen automatisiert, ohne mein Zutun Geld verdient. Jetzt nur hier als Beispiel, ich kann hier sagen, Deploy Agent, ich übersetze die Seite jetzt einfach mal in Deutsch, damit du hier siehst, was hier im Grunde gemacht wird und du siehst hier schon, hier werden verschiedene Aufgaben hinzugefügt. Das heißt, das Ganze ist nicht wie ChatGPT, wo einfach nur eine Frage beantwortet wird, sondern hier wird direkt gesagt, Aufgabe hinzugefügt, recherchiere erfolgreiche Online-Geschäftsmodelle für vollautomatische Online-Unternehmen, entwickle eine Strategie zur automatisierten Generierung von Traffic auf der Webseite, integriere automatisierte Marketing- und Verkaufsprozesse, um den Umsatz zu steigern, dann führt er die Recherche durch, dann fügt er hier sich selber Aufgaben hinzu und macht quasi neue Agents, denen er bestimmte Aufgaben gibt. Das kannst du sehen wie Mitarbeiter, die alle eine eigene Aufgabe haben. Hier beispielsweise eine Aufgabe, erstelle eine Liste der besten Marketing-Tools und Plattformen zur automatisierten von Generierung von Traffic und Umsatzsteigerung. Und du siehst hier immer live, was er macht. Ich kann den hier jetzt einfach durchlaufen lassen. Teilweise dauert das auch mehrere Stunden, wenn ich dem eine komplexere Aufgabe stelle. Der hat Zugriff im Grunde auf das gesamte Internet und kann somit sich eine Strategie im Grunde selbst lernen. Beispielsweise verschiedene Geschäftsmodelle überprüfen, analysieren und ganz einfach schauen, was eignet sich am besten, um das, was ich ihm empfohlen habe, was ich ihm vorgeschlagen habe, durchzuführen. Ein Online-Business, das vollkommen automatisiert, ohne mein Zutun funktioniert, um Geld zu verdienen. Was macht er jetzt? Er führt integrierte, automatisierte Marketing- und Verkaufsprozesse, um den Umsatz zu steigern aus. Aufgabe erfolgreich ausgeführt, automatisierte Marketing- und Verkaufsprozesse wurden implementiert, um den Umsatz des Online-Businesses zu steigern. Das System läuft vollständig automatisiert und benötigt kein weiteres Eingriff von Ihrer Seite, um Geld zu verdienen. Vielen Dank für die Nutzung von Agent GPT. Es hat jetzt natürlich so geschrieben, wie wenn das Ganze schon fertig wäre. Er ist aber hier noch quasi am Denken. Und hier siehst du bereits, wenn du ein Tool wie Agent GPT verwendest, dann fällt es im Grunde nach kurzer Zeit an. Es tut uns leid, dass dies eine Demo ist. Können wir unseren Agenten nicht so lange laufen lassen. Das heißt, wenn der ein, zwei Minuten läuft, siehst du ja, dann ist der im Grunde aus. Du brauchst hier einen API-Schlüssel. Ich zeige dir jetzt, wie du den bekommst, um das Ganze quasi unendlich lange laufen zu lassen und für alle möglichen Aufgaben Agent GPT zu verwenden. Also, Schritt Nummer 1. Du gehst auf openai.com slash API. Du brauchst hier einen API-Schlüssel, also Zugriff zu GPT von OpenAI, um das Ganze zu verwenden, da das im Hintergrund verwendet wird. Ich klicke hier jetzt einfach auf Get Started, logge mich ein, bin hier jetzt bei OpenAI in meinem Account eingeloggt, klicke hier oben einfach auf mein Profil, klicke View API Keys und kann dann hier einen API-Schlüssel vergeben. Ich sage hier ganz einfach Create New Secret. API-Key, Secret 1, 2, 3. Ganz egal, habe dann hier meinen Schlüssel. Den kopiere ich, klicke hier auf Done und das war es im Grunde. Das ist jetzt mein Schlüssel, den kann ich jetzt verwenden, um ganz einfach hier bei Agent GPT in den Einstellungen das Ganze auf Unlimitiert zu setzen und sage jetzt hier, ich füge den Schlüssel ein, klicke dann hier auf Speichern und habe im Grunde dann die unlimitierte Version, da hier im Hintergrund OpenAI, die GPT-Version, genutzt wird. Wichtig, das Ganze kostet etwas. Im Grunde ist es so, dass du da pro Stunde Nutzung meist nur 5 bis 10 Euro so in dem Bereich zahlst und das ist schon sehr viel, da das Ganze ja intensiv genutzt wird, aber je nachdem, wie du das Ganze einsetzt, kann das auch viel weniger sein. Also bei mir waren es am Anfang so 1 bis 2 Euro pro Stunde und insgesamt waren es dann am Schluss teilweise auch so 5 bis 10 Euro pro Stunde, je nachdem, wie viel er halt quasi gedacht hat und da habe ich das aber die ganze Zeit durchlaufen lassen. Also wir probieren das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich zeige dir jetzt nochmal, wie du das beispielsweise nutzen kannst. Du kannst dir zum Beispiel sagen, Kindle, Ziel der Kindle E-Book GPT sollte sein, schreibe mir ein ausführliches Kindle E-Book, das sich auf Amazon, schreibe ich hier noch dazu, gewinnbringend verkaufen kann über das KDP Partner Programm. Falls du es nicht weißt, du kannst bei Amazon selbst E-Books veröffentlichen und bekommst für jedes verkaufte E-Book im Grunde Provisionen. Einen Teil streicht sich Amazon ein, einen Teil du selbst. Du kannst das Ganze nutzen, um beispielsweise Geld zu verdienen. Ich kann hier jetzt noch irgendwelche Themen oder so vorgeben, ich lasse es aber einfach mal allgemein und sehe hier jetzt erstmal noch die Fehlermeldung, dass ich hier aktuell meinen API Key nicht verwenden kann. Ich schaue gleich, was da der Fehler ist. Also ich habe gerade nochmal einen neuen API Key erstellt. Jetzt hat das Ganze funktioniert. Wir starten jetzt direkt nochmal. Also schreibe mir ein ausführliches Kindle E-Book, das ich auf Amazon gewinnbringend verkaufen kann, über das KDP Partner Programm. Extrem allgemein formuliert. Und wenn ich das Budget GPT reingeben würde, würde hier kein fertiges E-Book rauskommen. Und hier sehe ich jetzt direkt schon, ich übersetze das Ganze mal wieder einfach in Deutsch. Aufbruch zu einem neuen Ziel. Die Aufgabe ist erstens, entwickeln Sie einen Themenrecherche-Algorithmus, um eine beliebte und profitable Nische für Kindle E-Books auf dem Amazon-Markt zu identifizieren. So geht der daran. Zusätzlich erstellen Sie eine interaktive Gliederung des zu schreibenden E-Books, ausschließlich klarer und prägnanter Kapitelzusammenfassung und einer klar definierten Einleitung und Schlussfolgerung. Und so weiter. Also du siehst hier bereits, was der hier alles macht. Ich mache das Ganze hier jetzt nochmal ein bisschen größer. Das heißt, der sucht hier via Google, via Google Trends, der durchsucht Amazon, was verkauft sich, wie stellt er sicher, dass das Ding sich auch am Amazon-Kindle-Markt verkauft. Das heißt, ich muss hier nicht mal irgendwelche Themen oder ähnliches recherchieren. Ich sage im Grunde nur, schreib mir ein Amazon-Kindle-E-Book, das sich verkauft. So, schauen wir gleich weiter. Er hat hier schon direkt verschiedene Schritte, die er hier durchgeht und hat hier direkt eine Gliederung erstellt, was er alles machen muss. Nachdem er jetzt so ein E-Book erstellt hat, hat er sich direkt selbst als zusätzliche Aufgabe gegeben, Entwicklung einer umfassenden Strategie für digitales Marketing, für eine gezielte Werbung, E-Mail-Marketing-Kampagnen und so weiter, um die Sichtbarkeit des E-Books eben zu erhöhen und um das Ding auch verkaufen zu lassen. Also, du siehst hier bereits extrem krass, was Agent GPT hier macht. Er denkt hier immer weiter, setzt sich selber Aufgaben, löst diese Aufgaben, überprüft sich selbst und das kannst du in allen möglichen Bereichen machen. Ganz egal, was es ist, wir machen hier einfach jetzt mal ein neues Beispiel und sagen, wir nennen das Ganze Bitcoin-GPT. Ich gebe das Ganze jetzt in Englisch ein, da das dann meist besser funktioniert und da er meine Aufgabenstellung besser versteht. Also, ich sage hier jetzt einfach Bitcoin GPT, der soll den Preis von Bitcoin analysieren anhand von vergangenen Marktdaten und soll darauf eine profitable Trading-Schritt-für-Schritt-Anleitung generieren, die das Ziel verfolgt, den möglichst höchsten Profit da rauszuholen. Und das macht er jetzt auch direkt. Er schreibt mir hier direkt wieder hin. Ich übersetze das Ganze hier wieder auf Deutsch. Normalerweise ist es nur auf Englisch verfügbar. Aufbruch zu einem neuen Ziel. Er analysiert den Bitcoin-Preis. Erst erstmal ruft er historische Bitcoin-Preisdaten aus zuverlässigen Quellen ab. Dann setzt er sich selber eine Aufgabe, statistische Analyse und Trends und Muster aus dem Bitcoin-Markt zu identifizieren. Und dann entwickelt er eine Handelsstrategie auf den identifizierten Trends. Und du siehst hier, er denkt hier, er macht. Was hat er hier jetzt geschrieben? Beispielsweise verwenden sie statistische Analyse, um Trends und Muster auf dem Bitcoin-Markt zu identifizieren. Die Analyse der Bitcoin-Marktdaten zeigt mehrere Muster und Trends, die zur Entwicklung einer profitablen Handelsstrategie verwendet werden können. Und so weiter. Also er setzt das Ganze hier direkt um. Ich könnte hier theoretisch sagen, programmier mir dann basierend auf dieser Trading-Strategie auch einen Trading-Bot, den ich beispielsweise bei verschiedenen Tools und so weiter nutzen kann, damit er direkt basierend auf dem handelt. Wie gesagt, ist nicht wie ChatGPT, der hat hier die aktuellen Daten. Der hat die aktuellen Preisdaten von Bitcoin und hat auch alle Preise, die Bitcoin in den letzten Jahren hatte. Also alle Informationen. Du siehst hier bereits, all das macht er hier einfach Schritt für Schritt durch. Du musst im Grunde nur dafür sorgen, dass du ihm die richtige Anweisung gibst und kannst dem dann beim Denken zusehen. Wir schauen uns jetzt noch ein paar Beispiele an, wie das andere User genutzt haben. Hier haben wir ein Beispiel von Garrett Scott, der hier im Grunde eine To-Do-List einfach von GPT-4 erledigen hat lassen. Du kannst eine To-Do-List schreiben. Schreibe demjenigen eine E-Mail. Schick das und das raus. Sage das und das Event ab. Plane eine Marketingstrategie für meine Website XY und er hat hier einfach im Grunde mit Auto-GPT das Ganze abarbeiten lassen und hat hier zum Beispiel gesagt, find the best person at Walmart for us to sell to. Also finde die beste Person in einem Geschäft, an die wir verkaufen können. Der sucht dann eben direkt im Internet, weil er Zugriff auf die Google-Suche hat. Auch das müsste man normalerweise manuell einstellen. Mit Agent GPT ist das Ganze aber bereits voreingestellt. Das heißt, das kannst du sofort verwenden und kannst beispielsweise irgendwelche Marketingabteilungsleiter von irgendwelchen speziellen Firmen oder ganz egal was, alles was ein Mensch machen kann im Grunde, direkt von Auto-GPT erledigen lassen.